Ich dachte, das ist ein einfaches Ziel. Jetzt fahr da weg, weißt du, das sind solche sensationsgeilen Typen. Da löffelt's ne Eule vom Motorrad, er bleibt stehen, guckt doof zu und komm, steh ich aus, fahr da weiter. Hii, kramba! Ach, irgendein Teil ist noch durch den Checkpoint geflogen, das kann man doch gelten lassen. Guten Tag, schön euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Du hast vorhin gewonnen, yeah, dafür ist mein Auto verbuggt. Guten Wunsch. Danke. Das sieht mal interessant aus, kann man nicht anders sagen. Okay, was mache ich jetzt mit dem Auto, das dann der Luft hängt? Abhängen? Das hängt ab, ja. Hey, wer hängt ab? Das Auto, das ist auch niemand. Gurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurg Schreibt es in die Kommentare. Schaut aber cool aus. Schaut aus wie in einem Actionfilm. Ein Actionfilm. Ein Actionfilm. Meine fliegende Karre. Also wenn du auf meinem Server bist, dann schauen wir mal vorbei. Cool, aber wenn ich jetzt einstellen könnte. Da würde ich auch fliegen. Da ist ja der Joker. Der Joker. Zwei Kilometer entfernt. Joi, komm gleich. Es sei denn, ich schießt jemand ab. You made a big mistake. Come with me if you want to fuck. Do you see my Panzer? Do you see my Faust? Dann do you zu sein Zunara. Da ist ein Juckel. Siehst du mich auch, oder? Weg da. Das ist weit, das hole ich. Das gibt jetzt einen Anstoß. Wo ist denn das Auto? Auch in der Luft? Ja. Jetzt zurück dich höher. Danke. Bitte. Halt deine Organisation davon ab, den Aktenkoffer abzuliefern. Wollen wir das machen? Ich nicht abstürzen. Oh. 17 Uhr Samstag mal, oder? Oder 19 Uhr, 17 Uhr, ne? 17 Uhr. Jo. Ich bin schon gespannt. Er ist die Bestie jetzt hier. Ich. Oh. Oh, ficken. Nein, 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 nein. Oh, das wird doch gleich wieder wehtun. Ich habe ganz vergessen, dass ich nicht in meiner unzerstörbaren Karre gerade rumfahre. Hui. Da es einfach mal den Berg runterspringen nicht zu empfehlen wird. Oder wenn meine Karre kommt, wird zerschlossen. Ja. Ich hoffe, die war versichert, diesmal. Ja, ja. Roma war ja auch offiziell organisiert. Und ins Wasser reingefahren. Juhu. Was sind denn das hier alt für Server? Jetzt komme ich mit. Ist das irgendwo in den Ruf, wo nur eh ein anderer ist? Das ist meine Antwort drauf. Oh ne Scheiße. Ich bin Scheiße. Da schießt er wieder einen ab, ey. Dass wir hier das Umweltamt noch nicht auf der Tür im Trauformat entstanden, ne? Das sollte auch der Chief, wenn sie ja bei GTA sein. Schieß ordentlich, was in die Buchsen. Der Dunkel ist schon gewohnt, noch bevor das Spiel gestartet hat. Na, nicht ins Wasser fallen, danke. Puh. Puh. Hallo. Nein. Was ist denn lang? Ich bin jetzt schon wiedergebrochen. Ich spring ins Wasser. Wie weit bist du denn im Plan vom Heli? Na, das dauert noch. Ich brauche erst ein Auto. Ne, ich brauche nicht mehr. Ich habe jetzt noch 10 Kilometer zu fahren. Und auf mich wurde ein Kopfgeld. Oh, jetzt kann also Kenny sich der noch holen. Moment, Moment. Ich bin dran. Wie viel ist denn auf dich ausgesetzt? 3.250, glaube ich. Es wird ja immer besser. Ich habe mir noch ein bisschen beibehofft am Motorhaube. Fick dich. Da ist noch ein Fehler drauf. Cool, cool. Jockel? Ja. Warte, warte, warte. Was denn? Du hast da sowas, was wir gehört haben. Da fahrt einfach ab, der Dubel. Ich wollte hier auch zum Heli, Mensch. Zum Helios. Na, 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 Helios. Helios-Klinik. Haben wir bei uns. Ne Länge, richtig. I want it as well. Oh, weh, du hast den Heli beschädigt. Nur bin wir leicht duschiert. Danke. So. Und jetzt den Wheelie machen für 10 Sekunden. Ohne dass mir auf die Goschen haut. Rückwärts mit dem Heli einparken. Oh. Deine Landungen sind meist so exklusiv, ey. Oh. 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 Ich bin zeitgleich auf dem Pfosten geklatscht. Das war nice. Was hat die getan. Entschuldigung. Bei mir auch. Ich hatte nicht vor, dich zu töten. Wollte eigentlich nur nicht hier landen, mit dir das Fahrradrennen hier machen. Oh. Wollte hier nochmal gucken. Kacken. Oh. Hm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bitte, bitte, bitte. Ach. Scheiße. Bitte, bitte. Bitte, bitte, fiss mich. Entschuldigung. Alter. Ich hab mich gerade einfach voll überfahren. Jetzt bin ich noch weiter unten am Berg, hier blöden Mann. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, BAUM! 10. Fuck. Das hat nicht gezählt. Jokule, du musst ein Fahrradrennen machen, sagst du, ne? Jo. Würde ich das hier machen. Flieg, kleines Fahrrad. Ich bräuchte ein Moped oder irgendwas, was nicht so schnell fährt, wie meine oft frisierte. Oder du begibst dich mal unten zum Flughafen hin, da ist eine Stelle, wo du ganz gut Wheelies machen kannst. Okay. Flughafen. Der Flughafen. Was für Motorrad hast du so? Eine Barty. Aua. Okay, eventuell solltest du wieder für eine Sunshed oder so holen. Ja, die nicht ganz so viel Pfeffer hat, oder? Aha. Triathlet. Hai. Ho. Ha. Hi. Ho. Hu. Ha. He. Ha. 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 Ob das das Wheelie zählt? Boah. Oh, Auto. Pff. Ey. Ich dachte, das ist ein einfaches Ziel. Ha. Scheint wohl nicht. Jetzt fahr da weg, weißt du, das sind solche sensationsgeilen Typen. Da löffelt's ne Eule vom Motorrad, er bleibt stehen, guckt doof zu und komm, stell ich aus, fahr da weiter. Ja. Hast du die wenigstens erschossen oder tot geschlagen, oder? Ja. Oder ehrlich? Ja. Ha. 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 Aufpassen, 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 pssst. Gibt's nicht sowas wie Wildschutz, oder so? Ich glaube, nein. Ich will. Ey. Wie ist das für euch wieder? Hast du keine Augen im Kopf, oder was? Gurgurgurg. Da glaubt, die Straße gehört ihm allein, oder was? Gurgurgurg. Saber, right. Ah. Huihi. Okay, okay, okay. Okay, 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 okay. Okay, 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 now played cool. Voll auf die Nuss gesetzt. Nein, das tut gleich weh. Ja, stell dir da einen Pfosten mitten im Weg. Was musst du noch machen, Weibo? Oh, 10 Meter, Wheelie. Ich glaube, ich klatsch jedes Mal, wenn 9 Meter irgendwo dagegen. Ich klatsch it that way. Klatsch it why? Klatsch it why? 10 Meter ist doch nicht so viel. Ist doch nicht so viel verdankt. Boah, was macht denn das Flugzeug direkt von mir? Ist auch da einfach so auf. Gurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurgurg Mit Joker habe ich letztens noch ein paar Stunts gemacht, aber da ich überhaupt keinen Mantierungssinn habe, wüsste ich nicht wo. Kratz am Sack, da na 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 na. Tell me why I'll never want you stay, tell me why! Pennywise! I never wanted you stay! Aua, aua. Büsste mein Kahn gehalt, du Spacken. Wow! Ich hoffe, die Bullerei sieht mich nicht mit Badeschlapfen am Motorrad. Ich glaube, das taugt ihnen nicht so. Was fahr ich denn? Oh, oh. Ihr, wie eine Ficke, Wichse, Scheiße. Die Dinger explodieren, wenn man sie verholt. Ich glaube auch. Ne, tun sie nicht! Die schon! Was soll das für eine beknackte Strecke sein, dass man da zehnmal im Kreis fahren muss? Das ist ja voll für die Eier. Ich habe aber auch noch nie einen Monsterstunt geschafft, wenn ich auf die Hupe gedrückt habe. Das soll uns was sagen? Dass man vielleicht nicht auf die Hupe drücken darf, wenn man einen Monsterstunt haben möchte. Hüpe. Hüpe. Aua! Du hast... Oh ne! Du mir auch! Was macht ihr denn da? Am Checkpoint vorbeifahren. Ach man! Hüpe. 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 Alter, häng mal grad aufm Kopf und bin durch den Checkpoint geflohen. Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh shit! Oh! Oh! Man kann also nicht durch die Lagerhalle fliegen. Check! Hüpe. 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 Ich find das soll dabei stehen. Oh shit! Was ist das denn? Achtung, hier kann man nicht durchfliegen. Ah, fliegen! Hab ich mich verbessert? Haaa! Heiiiih! Kramba! Fuck! Da unten! Oh! Ah! 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 Das wird knapp! Rückwärts?! Rückwärts!! Ah! 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 Fleißchere-richtung! Ich weiß! Pfff! Pffft! 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 Wir brauchen Puss! Pff! Pffft! Scheiße! Wo bin ich jetzt? Pffft! Alter Joker, was machst du? Aua! Die Palme hat sich getarnt! Oh Gott, es gibt wieder ein Looping! Was ist denn scheiß Palme da? Oh scheiße, ich hab den Checkpoint verkackt! Ich hab einen Kragen gefunden! Und ich krieg das Ding nicht mehr hoch! Wolltest du mal zum Arzt gehen? Gibt's da was von Ratiofarm? Mir wird gleich übel! Ich kotze gleich in die Karre! Man verkehrt herum und dann um die Ecke! Boah, Alter! Das soll ein Flugschulmanöver sein! Äh, er drängelt hier schon wieder? Alter! Wo ist denn dieses rote Auto hin? Der letzte Knarre hätte! Ja! Oh scheiße! Ich bin am Dach gelandet! Oh scheiße! Da ist aber eingeschlagen, ey! Ach Joke! Halt die Fresse! Alter! Aha! Hoppala! Scheiße Da hat's geklatscht Klatsch ab Du Zipfelklatscher Wow Das war knapp Scheiße Ne Fuck it Aua Yes Da liegt ja jemand platt am Boden Runde 3 von 3 Ach shit, das war das falsche Da krach jetzt hinter mir Fräs das Boah Na sicher Immer schon Einfach nach hinten schauen Weiß nicht was das jetzt bei deinem Du fährst mit Tastatur? Ne 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 Ok dann drücke einfach drauf auf Weißt du eh oder? Stick der linke Ich hätte das gewonnen wenn ich den scheiß Checkpoint nicht zwei Runden lang übersehen hätte Fail Fail Wee Wee Jump Wow 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 Überrasch dich doch mit einem Urlaub nach Wow 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 Jetzt gehen schreit in die Kommentare Oh Gott Wow nice Wow Hab ich die jetzt geblendet? Ich hab nämlich die Scheinwerfer Ich hab nämlich die Dings angemacht die Scheinwerfer Und Runde zwei Ich verfolgt ne wilde abgefuckte Eulen So kurze Peck Ich hab' den perplexe Es sieht doch so geil aus wenn du nach hinten schaust ey Die sind diese Eule am Steuer Oh scheiße Lern mal fahren du Penner Oh shit Börse Habt ihr auch weg gewöntelt? Ja Entsteht der Raum Ich hätte jetzt gerne einen Raketenwerfer. Ich spüre Aggression.